Alles andere machen wir später. Einfach nur mal. Erstmal nur Foto und lächeln. Marc, einmal zu mir bitte. Großes Bino, danke. Der nächste Schütze, Herr Marc Willen. Alle ruhig. Jetzt muss ich stehen. Wir haben einen neuen Schützenkönig, Herr Marc Willen, den Vogel runtergeholt. Und jetzt Schutzefönig, der Stadt Neuss, Lager 2. 20, 23, herzlichen Glückwunsch. Marc, guck mal nach vorne. Marc. Marc, komm mal in Zähl. Ich jubel noch einmal den Massen nochmal. Marc, komm mal in Zähl. Danke, 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 danke. Du musst mal ja vormachen. Hier ist der Schütze, der Vater. Ja, hier. Marc, 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 Vater ist hier. Vater ist hier, hier. Marc, 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 jetzt einmal die Arme hoch. Komm schon. Ja, Marcel. Love Actually. Hej, hey. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. 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 Und das ist einfach ein Glück. Ich war sehr glücklich. Erstes Mal angetreten, erst mal ein Fumgler untergerollt. Beim Schiffenschuss. Ich habe nicht mitgezählt, aber alle waren gut. Aber man kann sich sagen, tragen Sie bitte den Schiffmeister. 56. Schiff. Das ist viel, aber es war ein neuer Schiffstand. Es war ein brutal guter Wettbewerb. Ich glaube, jede Pugel hat getroffen. Also es war auch gut. Sie haben sich später entschieden, an teilzunehmen. Und jetzt haben Sie das gedacht, das sofort gehen. Nein. Aber ich freue mich umso mehr für die Ligen Jungs. Das ist mein Schützenzug, der mich trägt bei dieser Bewerbung. Und das wird ein super Jahr für uns. Was hat dein Papa gesagt? Das war ja sehr emotional. Wir haben viel gesagt. Er hat uns sehr gefreut. Und die Tränchen sind geflossen. Ich freue mich sehr, das auch für meinen Vater und meine Mutter und meine Familie zu wollen. Du hast noch mal den Zug erwähnt. Was war die Bewegung, um überhaupt teilzunehmen? Wir haben Jubiläum. 75-jähriges. Das Brenner-Lekord. 200-jähriges. Und der Neuster-Bürger Schützenverein. Und Schützenfest. Eins mit der Schützensachen von Neuss. Und deswegen, wie viel Erfolg. Danke. Viel Spaß noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.